Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmer und ich begrüße euch wieder zu Resident Evil. Jawohl, wir sind immer noch mit der lieben Mia unterwegs. Jawohl, und wir haben jetzt den Kabinenschlüssel, quasi den Schrankschlüssel zur Kabine des Kapitäns. Und da wollen wir uns jetzt flugs wieder hinbegeben. So, mal schauen. Ne, da war es nicht. Weil wir wissen ja, was da oben war. Äh, nette, 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 ein sehr nettes Maschinengewehr. Und ja, das wollen wir uns natürlich jetzt schnappen. Schnappel die Wapp. Und deswegen geht es wieder nach oben. So. Ganz nach oben, glaube ich. Ja, aber da kommen wir wieder... Ne, nicht lang. So, aber ich glaube ja, mit dem Aufzug ging das wieder. So. Dann gehen wir dann erstmal hier lang wieder. Hier lang wieder. Oder war das nicht hier? Ja, wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen. Ich bin mir nie ganz sicher. Guck mal hier, guck mal hoch. Ich gucke nochmal hier lang. Vielleicht war es doch schon hier. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Oh. Naja. Okay. Wow. Bleibst du. Bleibst du. Da wirst du ja nattisch. Scheiße, wir haben nicht mehr so ein Teil. Brauchen wir aber unbedingt. Also okay, da können wir nicht mehr weiter. Warten wir mal. Haben wir noch den Dietrich. Dietrich haben wir noch. Jawohl. Wenn alles gut läuft, ist da vielleicht jetzt... Ah, toll. Ticke Münze. Toll. Freude. So unnötig. So unnötig. Ganz ehrlich, liebe Leute. Das ist so unnötig. Antike Münze. Braucht keiner. Braucht keine Sau. So. So. Ich glaube, hier kommen wir direkt hin. Zur Kapitänskabine. Wenn ich mich nicht wirklich sehr täuschen würde. Aber ich glaube, ich bin richtig. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt doch schon wieder was. War das hier? Was hier? Nein, hier war es nicht. Ah, hier war es. Ah, ja. Kommst du um die Ecke? Kommst du um die Ecke? Hat uns noch nicht gesehen, ne? Ja. Aber jetzt haben wir deine Aufmerksamkeit. Ah, fuck, 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 fuck. Komm schon, komm. So, ich will hier gezielte Schüsse haben. Deswegen. So, aber hier war... Le Kabine de Kapitän. So. Oh, da kommt noch wieder was. Oh Gott. Komm, dem haben wir noch die Pistole weg. Dann nehmen wir noch nicht unser... Unsere gute Munition. Oh, zack. Jawohl. Geil. So muss das sein. So macht das Spaß. Hahaha. So. Äh. Und, soweit ich weiß, benötigen wir auch noch immer irgendwie ein Kabel. Hier ist nochmal eine Bombe. Hier ist nochmal eine Bombe. Und wir benötigen immer noch ein Kabel. War mal, war das nicht... Hat das nicht gesagt, ist das eine Krankenstation irgendwie was? Oder habe ich mich da jetzt... Vertue ich mich da gerade ein bisschen. Ich weiß es nicht. Machen wir hier. Ne. Können wir nur zumachen. Hier haben wir alles untersucht. Gehen wir nochmal da lang. Ne. Hier können wir wieder nicht... Ne. Hier können wir nicht lang. Hier können wir nicht lang. Hier können wir nicht lang. Schlangen. So. Dann müssen wir wieder da rein. Ja. Da bleibt uns nichts anderes übrig. So. 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 Ja. Sicherung haben wir schon eingesetzt. So. Gehen wir nochmal hier hoch. So. Könnte das scheiß Kabel sein. Das ist jetzt wieder so eine Sache, ne. Was ist da ganz unten? Hm. Ich bin momentan ein bisschen überfragt. Von der anderen Seite verschlossen. Wäre toll, wenn wir wieder so ein Erzmittel finden würden. Hätte ich jetzt keine Schmerzen mit, wenn wir jetzt da welche finden würden. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Guck mal. Äh. 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 Oh. Ja. Wer bist denn du? Und weg bist du. Haha. Oh. Guck mal da. Da war doch hier. Er ist alles weg. Ah. Hier ist nochmal Schießpulver. Können wir das kombinieren? Mit irgendwas? Ja. Wir können es kombinieren. Warte mal. Da 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 da. Ja. Machen wir direkt. Ja. 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 So ist das. So ist das gut. Jawohl. Da kommen wir lang jetzt. Da ist ja das ganze Geläsch hier da weg. Geil. Ja. Supi. Und ein Pflänzchen ist noch dabei. Ja. Geil. Läuft doch. Lässt sich nicht öffnen. Natürlich nicht. Und hier los. Aha. Bilder. Bilder. Okay. Muss man die so anordnen vielleicht. Wie da. Könnte. Sein. Okay. Machen wir doch direkt mal. Fangen wir hier an. Fangen wir hier drehen. Ja. Genau. So. Da muss das Grüne nach oben. Und das. Aha. rosa da ins linke Eck. Und dann. Ha. Das war ja einfach. Das. War ja einfach. Oh. Geil. It's middle for everyone. Ja geil. So muss das sein. So macht das Spaß. So. Dann gucken wir doch direkt mal. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Wo überall so ein Scheiß Tür war. Machen wir hier. Ist auf jeden Fall nochmal Munition. Hier ist auch nichts drin. Machen wir hier auch nochmal lang. Geh mal direkt. Es war nur ein anderer Ausgang. So. Dann schauen wir doch mal. Diese Tür war es nicht. Wollen wir aber da vorne. Da vorne war glaube ich einer. Ne. Die haben wir schon aufgemacht. Wir waren glaube ich noch weiter oben war noch eine Tür. Weiter oben hatten wir noch definitiv eine Tür. Ja. Weiter oben war definitiv noch eine Tür. Äh. Die. Ne. Weißt du was ich meine. Wir müssen erstmal in die Hucke. Und dann. So. Zack. Jawohl. Oder war auch nicht weiter unten noch so eine Tür. Wir gehen erstmal weiter nach unten. Genau. Erstmal wieder da rum. Jawohl. So. Gucken wir doch mal. Ich weiß. Irgendwo war noch so eine Scheiß-Tür. Wo wir nicht aufbekommen haben. Ja. Das haben wir alles schon gelesen. Genau. Hier war noch irgendwo so eine verfickte kleine Assi-Tür. Jawohl. Da siehst du zum Beispiel hier. So. Zack. Mal umdrehen. So. Ein neuer Rucksack. Yes. Sie können jetzt mehr Objekte tragen. Jawohl. Sehr gerne. Und wieder ein Ass-Mittel. Das ist sehr nice. Very nice. And very kind from you. So. Dankeschön. Dankeschön. Boah. Geil. 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 Sehr, sehr geil. Richtig, Julia. Ja, richtig. So. Aber das kann es ja nicht gewesen sein. Wir haben natürlich noch mehr solcher Türen. Hier sieht alles gleich aus. Ich könnte natürlich, natürlich, könnte ich mal den Plan. Hier war mal. Ähm. Ja. Genau. So. Wollen wir mal, wenn ich hier jetzt lang gehe. Dann ist hier ja auch so ein Ding, ne? Ah. Guck mal. Die Sicherung. Die Sicherung. Guck mal. Das. So. Nochmal hochklettern. So. Komm. Nimm mal nochmal, nimm mal doch nochmal die Sicherung. Ja. Nochmal hochklettern. Äh. Ne. Ich bin doch, ich bin doch nicht. Quatsch. Ich muss runter. Ich muss runter. So. Na, komm. Na komm, du kleine Bitch. Wir müssen ja auch immer noch, äh, hier den Fahrstuhl betätigen, weil, äh, wir wollen ja auch zu Yvesen. Das ist ja unser Hopplissier, warum wir hier sind, ne? So. Äh. Mal jetzt, da vorne ist die Tür. So. Dann setzen wir das mal hier ein. So. Okay. So. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt was bringt, aber. Hier waren wir doch schon. Aber egal. Wir haben ja immer noch die Erzmittel, wir haben ja noch die Erzmittel, das war jetzt hier wieder, da, 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 warten wir mal, gucken wir mal auf dem Plan. Da haben wir aber alles schon geöffnet, ne? Hier ist, hier ist definitiv kein Zimmer mehr. Ja, hier ist definitiv nichts mehr interessantes für uns. Definitiv, definitiv nicht, ne, 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 ne. wieder weiter hoch oder manchmal gar nicht so sicher egal wir können da auf jeden fall noch so ja genau hier war auf jeden fall noch so so was genau und zwar und zwar hier hier war noch so eine tür genau die wir uns jetzt wo wir jetzt zugang haben sehr schön so wollte ich das haben so hier haben wir dann schön ausblick wunderschön ach was für eine herrliche nacht herrlich jetzt wieder weiter gibt es hier was die jetzt nix umgefallene spinnte hier was drin oh ja sehr schön da können wir doch wieder wieder was kommt nicht kopieren sondern kombinieren so wollte so ok nix nix interessantes moment erst mal hier noch mal komplett ja wohl noch mal jetzt will genial ohne 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 ist doch bloß dass der riesen Was ist egal? Oh komm, jetzt nehmen wir mal so ein... Kogo? Komm, sieh! Toll! Ha, der zerstört! Na? 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 Jawoll! Sehr schön! Hey, die Dinger sind gut! Diese Dinger sind sehr gut! Ah, guck mal da! Haha! Hier ist das Kabel! Jawoll! Jawollo! Sehr schön! So, schön abgedreht! So, jawoll! Jetzt können wir den Fahrstuhl quasi wieder in Betrieb nehmen! Aber ich will noch gucken, was da hinten ist! Bin ja wieder so neugierig! So, zack! Guck mal hier! Geht nicht auf! Okay! Naja! Alter! Kommt da so ein Motz Oggi? Ich glaub, sie schwitzt nicht mehr! Warte mal! Ich nehme auf jeden Fall mal so ein Pflänzchen! So! Okay! Mag das nämlich nicht, wenn da der Rand immer so blutverschmiert ist! Ne? Das muss ja nicht sein! Ja! Ne! Das muss nicht sein! So! Gehen wir wieder zurück! Wie sich das gehört! Warum die nicht jetzt gerade ein bisschen schneller rennen kann! Verstehe ich auch nicht! Aber ist okay! Ist okay! Wollen jetzt nicht meckern! So! Jetzt müssen wir wieder runter! Müssen wieder die Sicherung raus machen! Ja! Wollen wir aber direkt so auf dem direkten Weg! So! Das war... Hier unten! Ne? Ja! So! Und wenn mich nicht alles irrt! Direkt... Ne Quatsch! Wollen wir mal... Direkt mal... Orientierung! Das war dann da vorne, ne? Ja! Da vorne habe ich die Sicherung reingemacht! Jawoll! Genau! Zack! Give it to me! Give it to me! Ah! So! 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 So gefällt mir das! So! Und dann setzen wir doch mal hier kräftig Zeug ein! So! Einmal die Sicherung! Und hier! Das Kabelgedöns! Jawoll! Und dann sollte das... Jawoll! Und... Schon geht er! Und wir können auf S2! Na! Komm! Nehmen wir ganz nach unten! Weil wir wollen ja äh zu... dem Leben... Er wartet! Even! Hä? Oh mein Gott! Komm! Komm! Jetzt war das aufgemessert! Jawoll! Dann! Aua! Aua! Du Trixack! Du Trixack! Aua! Also! Ja! Wah! Ja! Wir haben da eine Bombe! Wir haben unsere Munition! Wir haben die Munition! Muss man denn immer erst Hier Gewalt anwenden Naja Wow, jetzt hauen sie aber die Bomben raus Wahnsinn Und wir heben sie uns mal auf Weiß ja nie für was gut ist Jawohl Ja, kennen wir, kennen wir, kennen wir So Wow Da, komm Da legst du nieder Oh nein, wieder so ein Ah Da nehmen wir, da nehmen wir, da nehmen wir Da nehmen wir wieder die Bomben, wir haben ja noch genug So, komm, da legen wir mal einen hin Kommt der, kommt der, kommt der Kommt der, kommt der Schnell, 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 schnell Brauchen wir es hingelegt eigentlich Da, kommt er Ja, er kommt, er kommt, er kommt langsam, aber er kommt Oh komm Erwischt So, aber jetzt Aber jetzt volle Breitseite Und jetzt Okay So Meine Fresse Mein lieber Herr Gesangsfrau So Äh Nummer Messer Munition Wenn das mal nicht so öffnet Wenn sie hier jetzt da die Munition raushauen Alter Schwede Alter Schwede Oh ja, hier ist wieder was Wir haben glaube ich noch Adzmittel Ja, wir haben noch drei Stück Ja, oh gut Einartige Münze You're just kidding me Ah, leck, 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 leck Und da ist noch was Komm, hauen wir auch raus So Würmchen Jawohl Oh man Das, das heißt doch nichts Gutes Das heißt doch echt nichts Gutes Oder Müssen wir da lang Oh ja Komm, wir gehen wieder Ja, genau Über die Tür zu Haha Denn ich würde sagen Das machen wir In der nächsten Episode Wenn es dann mal wieder heißt Resident Evil Sieben Jawohl Ich weiß Ich bin gemein Ja Das machen wir in der nächsten Episode Definitiv Hahaha Bis dahin Könnt ihr mal ein Kommentar da lassen Oder ein Like Wenn euch diese Folge gefallen hat Und wenn nicht Dann eben nicht Ja Und dann wie gesagt Sehen wir uns das nächste Mal wieder Bei Resident Evil Sieben Ich bin der Lauter Bis dahin Macht's gut Ciao Ciao Bye Bye